Was ist die Marketing-Team für die Marketing-Team? Wir haben ein vielseitiges Marketing-Team, das Sie schon beim Start in die Karriere bestmöglich unterstützt. Wir bieten unsere volle Expertise für einen perfekten Markteintritt, für einen fulminanten Markteintritt und für eine bestmögliche Präsentation bei den Kunden. Wir haben eben ein breites Know-how im Team. Das reicht von Online-Marketing, Social Media über Video-Marketing bis hin zu Event-Marketing. Und weil wir so breit aufgestellt sind, können auch unsere Partner und unsere Makler bestmöglich von diesem profunden Wissen profitieren. Das ist das A und O unserer bekannten Marke, weltweit und natürlich auch in Österreich. Also wir schauen bewusst darauf, dass das Corporate Design immer dasselbe ist, dass es prominent ist. Wir sind vom Store-Branding über Shop-Design über Grafik etc. alles hausintern unterwegs und supporten unsere Mitglieder im Remax-Netzwerk bestmöglich. Jetzt mit dem Werbebudget, das wir jetzt haben, aufgrund der Größe vom Umsatz von der Makleranzahl, ist es natürlich wesentlich einfacher, die Marke zu betreiben, zu pflegen im Bereich der Printmedien, im Bereich der elektronischen Medien, im Bereich von Hörfunk und TV entsprechend zu platzieren mit Spots, mit PR-Einschaltungen, wie auch immer. Da sind wir extrem breit aufgestellt. Von 360-Grad-Touren über 360-Grad-Videotouren. Wir können natürlich auch professionelles Videomarketing unsere Office-Kräfte, unsere Maklerinnen und Makler unterstützen und wir haben auch das ganze technische Know-how, dass wir Facebook, Instagram, Social-Media-Kampagnen bestmöglich aufsetzen, umsetzen und so die Erfolge gemeinsam feiern können. Remax gibt nicht nur Träumen ein Zuhause, auch Zahlen, Daten und Fakten finden wir Remax professionelle Verbreitung in die Fachwelt. Im Zuge unserer Statistikarbeiten haben wir gemerkt, dass die Zahlen, die wir ursprünglich für uns produziert haben, auch für die Medien extrem interessant sind, haben das dann entsprechend aufbereitet. Und mittlerweile ist es wie das Amen im Gebet, dass wir sechsmal im Jahr den Gesamtmarkt, den Wohnungsmarkt, den Einfamilienhausmarkt abbilden, dokumentieren und genau sagen, in welchem Bezirk welche Preise und welche Stückzahlen realisiert worden sind. Die Kunden von heute sind im Internet, sind online unterwegs. Das heißt, auch wir müssen unsere Vermarktungsstrategien dahingehend anpassen und digital und technologisch vermarkten. Und da sind wir bei Remax Austria gut aufgestellt.